Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt gerade ein paar Levelgebiete aufgesucht, aber Sleven dort immer irgend. Und deshalb probiere ich es nochmals hier hinten bei den Lava Golems. Und wenn da auch nichts ist, gehen wir trotz Überzahl der Eisen ein bisschen Fortschlachten machen. Aber ich hoffe, da hinten ist ein bisschen frei. Ja, mir ist aufgefallen, dass viele Leute immer in meinem Level sind. Und genau dann müssen leveln, wenn ich level. Das ist ein bisschen unfair. Aber es kann ja auch positive Sachen dran haben, dass die Leute ungefähr in meinem Level sein wollen, dass wenn sie mal wirklich Bock haben oder sich trauen, mit mir aufnehmen zu können oder so. Weil manche schreiben mich immer wieder per Peren hier an und fragen, wie es mir so geht und so. Trauen sich aber irgendwie wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung. Ich bin ja eher einer, der Hilfe annimmt oder eben Community annimmt und dann in der Community spielt, als einer, der die ganze Zeit andere Leute fragt. Ja, möchtest du mitmachen, möchtest du mitmachen, Projekt und das und das. Ähm, deshalb nehme ich eher an, als du selber irgendwie etwas dafür gut. Ähm, und ich möchte ja eigentlich, euch ja eigentlich nicht immer dann die ganze Zeit diesen Stress zeigen, denn man dann halt, ähm, ja, okay, nicht so viel Stress, aber ich bin ja eher der Einzelspieler, der einfach Regnum spielt, weil es die Community so gerne möchte. Ich nehme natürlich das gerne an. Ich spiele schon gerne in der Gruppe, aber sie muss da nicht so, ähm, ja, Fan-Getue und so machen und, ja, das nervt mir ein bisschen. Aber, hey, das Regnum Let's Play ist zwar schon richtig fortgeschritten, ich bin noch sehr jung in Sachen Community, da kann auch viel passieren, also, wenn ihr Bock habt, kommt auf mich zu, auch wenn ihr nur reden wollt oder sonst irgendwas. Ihr dürft mir immer kurz anschreiben oder so, mich etwas fragen oder eben, wenn ihr wollt, dürft ihr mitmachen, kein Problem. Ihr müsst einfach auf mich zukommen, ich komme nicht auf euch zu, weil ich ja eben auch sehr beschäftigt bin und auch ohne euch aufnehmen könnte, oder? Und wer halt für ihn werden will, der muss halt bei mir mal mitmachen oder sonst irgendwas. Bevor er nicht irgendwie, ähm, selber dann, ja, den Fame hat, oder? Ja, also wir haben Imperiorkessel vorher eingenommen, also ich war ja noch nicht dabei, ich kam erst online, dann war das schon, auf Ignis Seite, also die Nachricht kam gleich, ähm, ja, Ignis hat das Imperiorkessel eingenommen und, schaffen wir den noch? Ähm, dann haben die alles in den Agersburg eingenommen und dann Imperiorkessel, weil sie zu 20, 30 durchlaufen und wir sind natürlich viel weniger. So, und deshalb, ähm, ja, wie gesagt, ich nehme jetzt auf und eher leveln jetzt mal als Abwechslung und, ähm, ja, als Abwechslung nicht, aber als, ja, ja, eben ein Part leveln, ein Part, ähm, Reichsschlacht machen und wenn es mal irgendwas gibt, anders zu machen, dann ein Part irgendwas anders und dann wieder ein Part leveln, ein Part, ähm, Reichsschlacht und so weiter. Also das habe ich beim Hexit Let's Play, das ich momentan Let's Play auch so gemacht und finde es eine gute Idee, dann hat jeder Typ, der gerne leveln geschaut, hat dann alle drei Parts, einen Level Part und so weiter. Und ich habe sehr heiß hier drinnen, ich kann nicht das Fenster aufmachen, weil es so lärmig drausen ist, kann den Ventilator nicht anmachen, weil er auch sehr lärmig ist. Ja, darum schwitze ich jetzt hier drinnen. Also ich habe eine schöne Sauna, ich geniesse die Sauna und, ähm, Let's Play schön, nehm mir schön den Bad auf. Aber so hitzig, also wirklich 36 Grad, hey, Gott, oh, und ich war im Europa-Parker-Montor, oh, alle Leute so fast nackig dort. Und ich mit Jeans, boah, episch. So, ja, die Heads wurden ein bisschen geringer, einer ist noch profihaft am Disliken und, ähm, ja, soll er Disliken, wie gesagt, ich schenke eigentlich keine Beachtung oder so. Ich habe es nur denen gesagt, sie sollen aufhören, wenn sie sich, wenn sie ignorieren wollen, dann sollen sie ignorieren. Schönes Leben haben die nicht, werden die auch nicht bekommen, wenn sie mich Disliken. Und, ähm, ja, für mich ist, es nicht schlimm, wenn ich einen Dislike habe. Ich habe jetzt vom März an bis Juli nie Dislikes gehabt, wirklich fast nie. also wirklich eins, nein, eine pro Woche oder so. Und jetzt sind es halt ein bisschen mehr geworden, es ist ein bisschen anders geworden, aber ein Disliker ist nicht so viel wert wie ein Liker. Und, ähm, ja, darum möchte ich euch jetzt auch kurz noch loben, die die liken. Wirklich sechs, sieben Likes pro Part. Echt super toll. Und, ähm, ja, Dankeschön, dass ihr es macht. Dankeschön, dass ihr auch manchmal Kommentare schreibt. Vielen, vielen Dank. So sieht man gerne. Und, ähm, je mehr es Likes gibt und so, desto weniger anzutreffend sind auch die Disliker. Also, die merken dann da schon, dass es nicht lohnt zu Disliken, für was auch. Komm. Okay, der war knapp. Also, hier sind sie schon noch ein bisschen zu schwer, also zu zäh eher. Sie können nämlich recht oft angreifen, bis sie tot sind. Hm, ich level nicht so gern bei solchen, also abgelben level ich sehr gerne, aber bei Orangen level ich leider nicht so gerne. Wir könnten hinten durch, aber das bringt es nicht, weil es unser ist. Das ist eigentlich hier. Das ist so ein, ähm, wie sagt man, den Bogen da, wo man unten durchlaufen kann, aber wahrscheinlich ausrutscht. Komm, wir machen heute kurz leveln und ein bisschen reichslachten, dann ist es ein Doppelpart, also ein Part, wo beides ist. Und, ähm, ja, ähm, ich habe momentan wenig Zeit zum leveln, aber ich werde natürlich sehr oft leveln, immer wenn ich kann, immer wenn ich probiere, momentan bin ich noch ein bisschen müde vom Europapark, dann habe ich am Nachmittag ein bisschen geschlafen, ein bisschen Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt, da ist er jemand. ein Ding, ein Metallgolem von einem Beshi, wo ist der Beshi? Da. Savion X-Plays. Könne ich nicht. Okay, ähm, der ist anspruchsvoll, also der hat wahrscheinlich die als anspruchsvolle Gegner oder sogar blaue Gegner. lasse ich ihn hier leveln und wir gehen eben jetzt irgendwo hin, wo wir können. Ähm, Eisius hat das Imperium Castle, ist das letzte. Augersburg wollen sie. Okay, dann gehen wir nach Augersburg. Und, ähm, ja, was soll ich noch erzählen? Ein bisschen mehr vom Europapark. Ja, es war ein sehr schöner ähm, Tag, aber viel zu voll. Also, Europapark hat so viele Leute, die reinkommen und rausgehen. Es geht extrem lange, bis man endlich wieder auf einer Bahn ist. Die Wartezeiten sind 50 Minuten plus. Und das in einer Hitze von 34 Grad ist fast nicht aushaltbar. Zum guten Glück habe ich nichts. Keinen Sonnenbrand bekommen nichts. Ich bekomme nämlich nicht so schnell Sonnenbrände wie andere Leute, weil ich auch eher ein dunkler Hauttyp bin. Aber, trotzdem helbeningig. Weiss es nicht, wie das geht. Aber, ähm, von meiner, vom Sehen meint man, ich bin nicht so ein dunkler Hauttyp. Aber effizient bin ich gehöre ich zu einem der dunkleren Hauttypen. Und, ähm, ich finde es praktisch. Da muss ich keine Sonnencreme eincremen. Und, ähm, ja, einfach keine Sorge geben. Und bin trotzdem eigentlich noch europäisch. Hier ist wieder das Loch, wo man nicht mehr rauskommt. Oh je. Und, ich finde es eigentlich sehr praktisch, weil ich eben recht viel oft draußen bin und trainiere. Fussball trainiere, ähm, Jockey, ähm, Schwimmbad bin und so weiter. Ist es richtig praktisch. Da braucht man keine Sonnencreme zu kaufen, oder? Mitzunehmen. Und, ähm, ja, ich genieße es. Und, ähm, ja, also die Bluefire ist mit Abstand die beste Bahn auf im Europapark, weil sie sehr entspannt ist. Also sie ist schon recht, ähm, ja, wie soll man sagen, brutal eigentlich. Sie ist schon recht, ähm, mit ihren drei Schrauben und einem Looping ist sie schon recht hardcore. Aber, ähm, sie ist richtig entspannt. Und man hat eigentlich nie das Gefühl, aus dem Waggon, also, einfach herumgerissen zu werden. Auf der Wodan wird man die ganze Zeit herumgerissen. Wodan ist die Holzachterbahn, die neue. Und, ähm, die, glaube ich, schon zwei Jahre gibt es die. Und die hat mir nicht so gefallen, weil es die ganze Zeit immer wieder so richtig geruckelt hat, so, ähm, uneben halt gewesen ist. Aber ich finde es cool, dass es so eine Art Minenbahn ist und, ähm, auch mal unten durchgeht und eigentlich immer schnelle Geschwindigkeit ist. Es ist durchgehend schnell, auch Bluefire ist durchgehend schnell. Und das finde ich einfach cool. Und, ähm, man braucht halt sehr viel, ähm, Ding, Moom, damit man da drauf geht überhaupt. Aber es lohnt sich, ein Moom einfach mal richtig zu aktivieren, drauf zu gehen und es zu genießen. Weil nach dem, nach der Bahn ist man immer glücklich. Dann hat man auch keine Angst mehr oder so. Finde ich richtig toll, dass die Bahnen nicht so schlimm sind, wie sie sich anfühlen, ansehen, anhören. Ja, es ist richtig toll. Und hier in Champions of Reckum hätte ich auch gerne eine Achterbahn. Müsste ich mit wieder Rollkurs Tycoon 3 spielen. Momentan bin ich am Zug Tycoon 2 spielen, weil es einfach sehr ein entspanntes Game ist. und ich liebe einfach Tiere und es ist offline. Ich kann es jederzeit kurz starten, wieder beenden, weil es so extrem schnell lädt. Und ich habe alle Add-ons, ich habe sie in einer kompletten Version gekauft und es ist so gigantisch. Oh. Einer, der bei Agersburg-Brück ist. Noch mehr. Eisinkommen rüber zwei Stück, äh, drei Stück. Agersburg-Brück. Nö, haben sie wieder dumme Schnauze. Nein, sind sie nicht, sie gehen so mal. Ah. Ich mache die Arbeit der Jäger und da haben sie da dumme Schnauze. Darf man als Babar nicht auch mal ein bisschen spionieren? Also bitte. Hallo oder Irgenbabs. Hä. Also manchmal denke ich irgendwie, die Leute hier sind wirklich nur noch am Fluchen, am Beleidigen, am des, ähm, ja einfach demotiviert herumgammeln. Sehr schade. Zeigt doch euch. Zeigt doch auch mal etwas. Also, ja, wie soll ich sagen? Ihr solltet halt, wenn es euch nervt, dass so viele inaktiv sind, dann macht doch von Ding einmal mal etwas. Ähm, von selbst aus etwas. Immer herummalen in den Schatten und so, bringt es auch nicht. Wenn jemand hier ist, gehe ich ja nicht rein. Pfff, also ich helfe nicht. Okay, jetzt kommt wenigstens eine. So, ich gehe auch rein. Hallo, wenn es gehen würde. Ich greife den an. Okay, da gehe ich nicht rein. wen greife ich denn an? Ich habe ja gar niemanden ausgewählt. Ich müsste eigentlich gar nicht sagen. Okay, es gehört schon denen. Hä? Wieso wird das nicht angegriffen? Es wird nur angegriffen. Ah, jetzt da ist. Ah, da habe ich nur nicht gesehen. Okay, wir haben wieder eigentlich gewonnen. es ist ja gar nicht so, es ist ja gar nicht so, es ist ja gar nicht so, es ist einfach nicht geguckt. ich bin tot. Mann, was sind denn das immer wieder für Barbaren, die 2000 Schaden machen? Frechheit. Es ist halt extrem große, fette Suchtis, die nur Champions of Recknum spielen und nur Handel die ganze Zeit. Das hier seid ihr. Gell? Häh. Und nicht ernst nehmen, aber ich finde es irgendwie wie viel Schaden die machen. Ah. Also, vorher, ich habe jetzt gerade gar nichts gecheckt. Ich dachte, die Eisen greifen den ganzen Sammerford an. Aber irgendwie hatten die das schon. Okay, ich muss besser schauen, weil ich bin sehr abgelenkt gerade gewesen durchs Reden, dass ich irgendwie gar nicht geschaut habe, dass das Eisen fort ist. Aber ich habe so schnell gecheckt. Ich bin einfach ein bisschen aus der Übung Rechnung zu spielen, weil ich schon recht viel Unterbrüche jetzt hatte wegen dem Leveln, wegen dem Wegsein und einfach irgendwie Rechnung kann man irgendwie gar nicht so richtig lernen, weil es ist meistens eher so, dass man halt Probleme hat und dadurch ja, wie soll ich sagen, einfach die Probleme geriet, weil man halt gerade nicht auszusöhnlich gerade die Map aufgemacht hat oder die Gegner gesehen hat und so weiter und ja hat sich sehr gelohnt hier aber die levelte auch lieber hier oder er ist es jetzt aber noch eine ist irgendwo hier am leveln als uns zu helfen okay okay ich level auch manchmal und helfe nicht aber dann ist es eher deshalb weil wir sehr unterlegen sind und so ist es und mich überhaupt nicht dringen weil ich dann so vertot bin also also mir eigentlich die Hilfe auch gar nicht zusteht oder dann hätte ich noch weniger noch mehr Trainingsrückstand da ist aber immer wenn es eigentlich für mich auch etwas zu holen gibt oder die Gegner einfach mich ein bisschen fürchten oder so dann bin ich da aber wenn ich leveln will und nicht auf nehme dann will ich leveln und nehme dann auf wenn ja wir haben verloren schaut euch mal die Leute an so ich habe mich wieder ein bisschen hingekriegt ich weiß jetzt nicht wo die anderen Ingen sind aber wir schaffen so halt nicht die die sind so richtig überlegen gerade im Moment viel zu viel wo es keine Engage ja klar keine Engage aber ich bin ja der der am letzten angegriffen hat also ich bin halt nach vorne gegangen andere Boban und Paladine gehen nicht so nach vorne dann habe ich halt 1700 der krit bekommen und alles möglich was kann ich da schauen ja 1742 40 ja es bietet gerade nichts oh schaut doch mal die inaktiven an geht doch auf Leute immer inaktiv zu sein ist mega nervig mach mal weg du scheiss Steuerungsbuck so Schlafmützen so maybe ist hier das ist meine Standard Antwort ich habe zwei Schäden ich wollte kein CH schreiben genau okay du bist oh god alte neee er hat mich sowas wie erzwungen ein pormhub hello youtube halt deine fresse immer immer rider hallo little so oh der küsst oh muss ich küssen muss ich zurück küssen so gut der running gag bei regner sind alle schwul alle durch gehen schwul nein nein ist ja nur ein spiel da kann man auch mal schwul spielen stimmt es little ne noch nicht getroffen ash skin kenne ich das weiß nicht so viele namen hier bei rechnung könnte sein dass ich sie könne pin ähm ich bin am 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 besten mit mir kontakt aufnehmen einfach mir mal per internet sonst bei youtube facebook skype steam überall könnt ihr mit mir reden und eben wenn ihr mit machen wollt dann müsst ihr zwei chancen drei treffe vier treffe sogar okay yay wir verlieren nicht mehr macht sehr viel spass ich bin tot ich bin ein so schwacher baba ich lege nur noch ich liege nur noch da fertig boah das trinken das ich brauche ich muss die ganze Zeit trinken damit ich mich wohlfühle hier beim aufnehmen das ist trockene luft das ist nicht schwül das ist das gegenteil also furzt trocken und das macht durstig ja ihr habt schön ihr könnt aus der Entfernung angreifen ihr habt schön fange ich bald den schützen an oder sobald ich die kreditkarte habe werde ich zwischendurch auch den schützen zeigen aber marauder kommt nicht zu kurz und wenn wirklich der marauder leveln muss nicht mehr so viel spaß macht kann ich eben auch den schützen zeigen voll und dann wenn ich level 55 bin dann wieder mehr marauder zu zeigen ach ich habe keinen bock ich habe keinen bock zu warten die werden so so nie ankommen die beschees wir haben viel zu wenig beschees wir haben zu wenig ritter wir haben zu wenig jäger wir haben zu wenig hexer wir haben eigentlich nur babs und beschees und das macht uns sehr schlecht momentan natürlich und ja wie soll ich sagen wir als babaren also wir babaren müssen dann an der front sein und sterben nach vier schlägen weil wir eben noch nicht so hoch level sind noch nicht so gute raus ist und so weiter ok doch nicht mein akku ist leer dein akku auf dem kopf am kopf im kopf oder dein akku von deinem handy oder von deinem pc hm na egal so ja und für die die leute die sich halt manchmal ein bisschen beleidigt fühlt von mich und so nehmt es nicht ernst die anderen nehmen es auch nicht ernst weil solche beleidigungen sind halt sinn von diesem let's play von ähm ähm von der sache dass ich igge bin und viele zuschauer eise sind deshalb aber ähm hey andere leute beleidigen würden noch mehr beleidigen also ihr habt ihr habt einen sehr netten mit einem sehr netten iggen vor euch ich könnte natürlich auch ganz anders sein aber das ist ja auch nicht die sinne sache des let's plays manchmal ist es einfach so wenn ich gerade ein bisschen stressig bin nervig genervt wurde einfach von euch oder so dann kann es wirklich passieren dass ich manchmal einfach beleidige aber ich schaue wirklich dass ich das nicht mache und sonst ähm dürft ihr mir gerne einfach mal kurz in die kommentare schreiben ihr findet es nicht gut dass ich euch beleidigt habe dann entschuldige ich mich und die sache ist gegessen und sonst essen und snickers das hilft immer so ähm wir suchen gegner die blau sind ja da sind blaue und leben zum abschluss noch ein wenig und ähm eben heute doppelt Part weil gestern keiner kam also am montag keiner kam morgen wieder ein Part pro Tag bis ich wieder keine Zeit habe und eventuell bin ich am Wochenende wirklich weg dann kann ich leider am Wochenende keine Parts bringen und werde sie auch nicht nachholen aber ich werde zu Hause werde ich ähm leveln und ähm wenn ich auswärts bin kann ich nicht leveln also ich werde sicher Samstag auswärts sein und Sonntag wahrscheinlich besuchen jemanden der in der Klinik ist und ähm wenn ich kann dann level ich wenn ich ähm nicht kann dann level ich halt nicht und sobald ich wieder zu Hause bin also hier bin an der Wege werde ich natürlich wieder weiter aufnehmen und ähm ja vielleicht habe ich ja Bock wieder zwei Parts am Montag zu machen aber das ist jetzt eigentlich eines der einzigen Wochenende wo ich zu Hause bin weil ähm ich fühle mich hier schon eigentlich schon zu Hause und hier habe ich einfach viel mehr hier habe ich den PC hier habe ich meine Kollegen hier habe ich ähm mein Geld wo ich ausgeben kann alles und ja ähm dann bin ich lieber gerne hier aber bei einem Wochenende möchte ich mal zu Hause sein bei meinen Tieren bei meiner Schwester bei meinem Vater bei meinen Nachbarn und bei meinen Pfleger also die mich gepflegt haben als ich depressiv war und ähm die möchte ich einfach jetzt mal besuchen gehen und ähm ja stellt euch einfach ein bisschen vor jetzt gerade erste erste Woche im August ist Ferien da bin ich nicht so aktiv aber ab dann bin ich wieder aktiv natürlich und wenn ich mal wirklich in die Klinik muss ins ins Krankenhaus wegen dem Harnstein dann werde ich auch Bescheid sagen dass ich weg bin und ähm ja bis ich wieder draussen bin und dann kann ich natürlich wieder weitermachen so und sonst geht es eigentlich recht wenig zu bereden momentan die Leute sind jetzt auch momentan nicht so aktiv weil es wahrscheinlich Ferien ist vor allem in Süddeutschland ist momentan Ferien und in Frankreich und ähm deshalb es ist momentan halt bei mir auch nicht ganz so viel los aber das wird also im Winter werde ich sehr sehr aktiv sein das werdet ihr dann sehen und ähm wenn ich bis Winter richtig gute Community habe dann mache ich immer wieder Livestream und so Sachen momentan geht es halt nicht wegen der schlechten Internetverbindung aber das werde ich so schnell wie möglich ganz gut machen irgendwann habe ich dann 10 Gigabyte pro Sekunde und danach kommen die Parts eigentlich recht oft aber verschiedene Projekte dass ihr nichts verpasst also wenn ihr jetzt nur einmal ein Part pro Tag schauen wollt dann könnt ihr zum Beispiel Champions of Rechnung schauen ein anderes Mal ein anderes Projekt und so und verpasst eigentlich nicht viel ähm was ich nicht möchte ist 10 Parts pro Tag von Champions of Rechnung raushauen dann mache ich eben den Rest eher Livestream damit ihr eigentlich nicht so viel verpasst und ähm ja also es wird eigentlich alles relativ positiv damit dafür bemühe ich mich auch und ähm je mehr äh Leute ich habe hier die gerne Kommentare schreiben und so desto besser kann ich euch auch anpassen oder ähm mir ist es wichtig dass ich euch anpassen kann und nicht ihr mir anpassen müsst und ähm eben Verbesserungswünsche für Tipps für ähm ja eben dass sie dabei sein können und so bin ich natürlich sehr sehr offen und mir könnt ihr alles sagen ähm und ja es ist so einfach dass die Community eher auch ein bisschen scheu ist oder einfach gerade nicht muss etwas kommentieren oder so aber ich finde es wirklich super toll dass die Leute schon zugucken jedenfalls schon zugucken weil ähm ich war auch mal ein kleiner YouTuber und ähm ich hatte auch mal nur 2-3 Aufrufe pro Part aber ich habe es da irgendwie geschafft nach oben zu kommen und jetzt bin ich eigentlich schon beliebter als ich eigentlich mal ähm im Sinn hatte oder ich wollte immer ein Let's Player sein der zwar nicht so viele Leute hat aber gute Leute hat hat die auch jeden Part schauen und ähm mir sagen wenn irgendwas Probleme gibt oder so aber dass so viel schon kommen und so hätte ich jetzt nie erwartet und nie gedacht dass es so gut wird weil ich ja eher ein Let's Player bin der nicht so viel Zeit investiert weil ähm ich ja Sportler bin weil ich ja ähm viele Freunde habe auch Dinge machen muss wie zum Beispiel Haushalt und ähm ja da habe ich leider eben nicht immer wieder so viel Zeit aber ich bin glücklich dass es immerhin so schnell geht dass ich mindestens 3 Parts pro Tag hochladen kann und ihr eigentlich damit einverstanden sein so also das war's mit diesem Part morgen kommt der nächste Part und ähm eben wenn ihr irgendwas zu beraten habt dürft ihr das in Kommentare schreiben bei Payen schreiben Ingame schreiben oder bei Skype mitteilen und ja bedanke mich fürs Zuschauen auf Wiedersehen euer Drago Baza Tschüss D D D D D D